Kurshopping, was ist denn das? Und ist das nur schlecht oder gibt es da auch positive Aspekte? Darum geht es heute hier in diesem Video. Schön, dass du mit dabei bist, warum auch immer. Mein Name ist Corno, falls du mich noch nicht kennst. Ich bin Qigong-Lehrer hier auf YouTube im Qigong-Club und seit über 20 Jahren deutschlandweit unterwegs. Autor des Buches Qigong für Dummies. Falls du das lesen willst, bestell dir das Buch. Link ist unten in der Beschreibung. So, wir legen los. Also Kurshopping, dieses Thema ist aus meiner Sicht, ich weiß gar nicht, ob es da auf YouTube oder auf Google überhaupt schon was zu gibt, ist aber ein fester Begriff in der Kursleiter und in der Lehrerwelt von Entspannungskursen und Gesundheitskursen. Und um es kurz zu definieren, falls dir der Begriff noch nichts sagt, Kurshopping meint, dass man sozusagen typischer VHS-Kursteilnehmer, dass der sozusagen jedes Jahr in jedem Programmheft immer einen neuen Kurs macht. Das heißt, im Frühjahr Qigong für Anfänger, im Herbst Yoga für Anfänger im nächsten Jahr Pilates für Anfänger, dann vielleicht Pilates für Fortgeschrittene beim anderen Lehrer. Das heißt, dass man nicht konstant bei einem Stil bleibt und bei einer Übungsform, sondern dass man immer hin und her hoppt, immer hin und her hüpft, von Kurs zu Kurs, von Wissen zu Wissen, Thema zu Thema. Und ich weiß, da haben viele eine sehr starke Meinung, du wahrscheinlich auch, ich auch, die präsentiere ich dir auch. Und kommen wir erstmal dazu, ich persönlich halte vom Kurshopping nicht so viel. Es gibt in der Orientierungsphase, wenn du gar nicht weißt, wer du bist und was zu dir passt, probiere verschiedene Kurse aus, aber da würde ich sagen, mach nicht immer gleich einen ganzen Kurs, sondern da reicht auch eigentlich eine Schnupperstunde, dass du einfach mal reinschnupperst in einen Kurs, den Lehrer fragst, kann ich mal eine Stunde mitmachen, um zu gucken, ist das was für mich, ist der Lehrer was für mich, ist die Methode was für mich, wie ist die Wirkung. Der erste Eindruck, der ist ganz wichtig und ich bin ganz großer Freund vom ersten Eindruck, dass da ganz viel Wahrheit drin steckt, der erste Gedanke, der erste Impuls, der erste Eindruck, dass da ganz viel Echtheit drin steckt und ganz viel Sicherheit drin stecken kann, dass du danach gehst. Und dass du da eher in Schnupperstunden denkst und das meine ich dann nämlich nicht mit Kurshopping. Schnupperstunden als Orientierung finde ich super, dass man wirklich ausprobiert, dass man nicht schon vorher sagt, so muss es sein, sondern erstmal guckt und schaut, ah, unterschiedlich und selbst wenn ich da begeistert war, gucke ich mir doch nochmal drei andere an und schaue dann, was sich für mich am stimmigsten angefühlt hat von Angeboten. Und das sage ich als Qigong-Lehrer über Yoga und Pilates und autogenes Training und PMR und, und, und. Ich könnte auch sagen, ist alles schlecht, du musst Qigong machen. Nee, ich weiß jedem Tierchen sein Pläsierchen und ich weiß nicht, für jeden ist Qigong oder die fünf Übungen des Wudang Qigong was. Für andere ist Tai Chi besser oder ein anderer Qigong-Übungsstil. Und da bin ich komplett offen und ich will für mich ja auch Schüler haben, für die das genau das Richtige ist, was ich anbiete und nicht Schüler, die denken, sie müssten das machen, weil sie damit angefangen haben oder weil kein anderes Angebot vor Ort ist. Und wie gesagt, das ist der erste Punkt. Schnupperstunden, ja, Schnupperstunden ist aus meiner Sicht kein Kurshopping. Kurshopping ist ganze Kurse machen und nach einem ganzen Kurs nicht einmal wechseln. Das ist auch, kann ja mal vorkommen, sondern dass man merkt, ich will einfach jedes Jahr was Neues. Ich will jedes Jahr was Neues. Und ich bin da kein Freund von, weil ich merke, dass ich habe ja so viele hunderte von Kursteilnehmern im Laufe der Jahre miterlebt. Und die Kurshopper, die auch bei mir dann waren und wieder weggegangen sind oder zu mir gekommen sind und schon erzählt haben, welche Kurse sie alle schon besucht haben, das waren meistens Menschen, wo ich dachte, ja, ihr redet euch meistens ein, dass das einfach eine Art von Weltoffenheit ist und immer was Neues lernt, den Geist immer neu befruchten. Der Nachteil ist aber oft, dass es an der Oberfläche bleibt und dass eigentlich euer innerstes Herz danach schreit, dass da mal was in die Tiefe geht. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, dadurch gehe ich ja in die Tiefe, wenn ich immer mehr verschiedene Sachen ausprobiere. Das hat eine eigene Tiefe, ja, das hat eine eigene Lebendigkeit, sage ich mal, aber diese Tiefe, ich habe das ja schon mal in einem Video Deep Qigong genannt, oder das kann auch Deep Yoga sein, das heißt mit möglichst wenig Übungen, mit möglichst wenig äußerer Form, zum Beispiel nur die fünf Übungen der Sudang Qigong, die mit denen in die Tiefe zu gehen und die immer tiefer zu erleben und immer neu zu öffnen. Das heißt, wenn man merkt, ah, die Übung kenne ich jetzt schon, fühlt sich immer gleich an, dass man dann nicht einfach den Übungsstil wechselt und sagt, jetzt mache ich halt dann Yoga oder Tai Chi, die fünf Übungen sind langweilig, sondern dass ich mich darum kümmere, wie öffne ich die wieder neu. Es gibt ganz viele Schlüssel, mit denen du die fünf Übungen neu öffnen kannst und dadurch ein ganz neues Gefühl in den Übungen entwickelst, aber immer tiefer zu dir selbst, zu deinem innersten Kern vordringst, zu deinem wahren Selbst. Und somit letztendlich zu mehr Gesundheit und zu echtem inneren Gleichgewicht, dass du wirklich ganz tief im Inneren mit dir verbunden bist. Und dafür sehe ich aus meiner Erfahrung als Voraussetzung, dass du in die Tiefe gehst mit möglichst wenig Veränderung von äußerer Form und nicht ständig neue Bewegungsabläufe lernst. Das hat eine eigene Qualität und Frische und Lebendigkeit. Das will ich nicht abstreiten. Aber der Nachteil ist halt, dass eigentlich diese ganzen tollen Stile, Yoga, Tai Chi, Qigong und so weiter, die sind eigentlich alle dafür gemacht, dass du in die Tiefe gehst und nicht sozusagen ein Flachwurzler bist, sondern ein Tiefwurzler. Und durch das Tiefwurzler-Dasein viel mehr Wirkung und Effekt hast. Auf Dauer, langfristig. Und wenn du jetzt entscheidest, nee, ich will aber für immer in der Orientierungsphase bleiben und in der Anfängerphase, dann bitte mach es. Wenn du denkst, das ist genau deine Philosophie und das ist für dich genau das Richtige, ja, dann mach es einfach. Gar kein Problem. Nur, sagen wir es mal so, ich habe noch niemanden kennengelernt, keinen Kurshopper oder Hopperin kennengelernt, wo ich nicht das Gefühl hatte, oh, wenn ich dich jetzt beraten müsste, dann würde ich sagen, zwing dich mal dazu, ein Jahr lang wirklich in die Tiefe zu gehen, um da mal in gewisse Schichten, durch gewisse Schichten durchzukommen. Und vielleicht hast du dann das Gefühl, oh, das war ja doch genau das, was ich eigentlich all die Jahre echt gesucht habe. Das heißt, Kurshopping kann im schlechtesten Fall auch eine Art von Realitätsflucht sein oder eine Art von Ablenkung. Also immer wieder Neues, immer wieder Zappen durch die Programme, durch die Fernsehprogramme und sich auf keine Geschichte wirklich einlassen und wirklich durch dick und dünn gehen, sondern immer nur zack, zack, zack mit allem Stil eine Affäre eingehen und keine Partnerschaft. Und aus meiner Sicht sind Affären vielleicht lebendig, aber eine echte Partnerschaft mit einem Stil, eine, ich will jetzt nicht sagen Ehe, aber eine echte treue Partnerschaft, bringt dir andere Effekte für deine Gesundheit und auf psychologischer und auch auf spiritueller Ebene. Und im Qigong sagt man auch häufig, man hat in China einen Meister und nicht 100 Meister. Und man lässt sich auf einen Meister ein. Genauso, jetzt kommt wieder mein Beispiel, typisches Kornobeispiel. Klempner. Dein Klo ist verstopft. Du rufst einen Klempner, der soll das richten. Der probiert aus, so, ah, woran liegt es und so weiter. Der packt gerade seine Tasche aus, dann rufst du den zweiten Klempner und sagst so, hier, mein Klo ist verstopft. Und noch einen dritten und vierten Klempner und die stehen dann alle in der Schlange. Der erste arbeitet am Klo und dann sagt der zweite jetzt mal zur Seite, lass mich mal ran und hat eine andere Technik, das Klo zu reparieren und sagt sogar noch, ach, das, was der erste gemacht hat, war alles schlecht und so weiter. Und Klempner drei und vier sagen sich schon, äh, was sollen wir hier? Hier sind schon Klempner. Ne, wir gehen dann mal wieder. Wir kommen uns blöd vor. Und das ist so ein bisschen das Prinzip, wenn man so Meister wie Briefmarken sammelt oder auch Stile wie Briefmarken sammelt, dass nichts Halbes und nichts Ganzes, selbst wenn man das Gefühl hat, das fühlt sich irgendwie richtig oder lebendig an, ich kenne dieses Gefühl, aber trotzdem rate ich dir dringend, ruf nur einen Klempner und guck erstmal, was der echt kann. Oder auch nur ein Lehrer, nur ein Meister und lass dich, wenn du das Gefühl hast, wenn du eine gute Verbindung zu demjenigen hast, lass dich voll drauf ein, durch dick und dünn, auch wenn es mal unangenehm oder langweilig ist oder so. Das lohnt sich auf Dauer. Ich bin ja bei meinem eigenen Meister jetzt seit 1999, das heißt seit jetzt 22 Jahren ungefähr und habe in der Zeit keinen anderen Meister genommen. Und ich hatte nicht das Gefühl nach der Zeit, oh, ich hätte mich aber noch mal vielfältiger umhören müssen, was es noch für andere Meister gibt, damit ich überhaupt einen guten Überblick bekomme, was Qigong ist. Ne, ich bin ganz stumpf in die Tiefe gegangen und habe das Gefühl, das war genau richtig. Und das ist mein Tipp von mir für dich. Aber natürlich, du bist vollkommen frei, hab gerne andere Meinungen, schreib deine Meinung gerne in die Kommentare, was du von dem Ganzen hältst und dann freue ich mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Hoffentlich. Bis dann. Ciao.